ähm na komm schon so und Gravel rein also wir überfluten da unten jetzt einfach mal kackenfrech alles ähm zack und zack so einfach mal alles aufmachen hier da fällt mir eigentlich was ein was wir auch machen könnten ach scheiße jetzt brauchen wir auf jeden fall noch mal äh ein Eimer Wasser glaube ich glaube ich zumindest wenn mich jetzt nicht alle meine Sinne täuschen was sie tun werden glaube ich so nein tun sie nicht ich brauche noch mal einen Eimer verdammt auf jeden fall haben wir jetzt hier Gravel ja ne ich glaube nicht dass ich hier Gravel machen werde würde ein bisschen unnötig kommen aber hier werde ich Gravel verlegen so einfach mal da ansetzen perfekt und dann äh ja wo längs kann ich eigentlich hier so längs führen damit wir schön am Felde bleiben so und äh ja hier müssen wir aber das mache ich gleich ich gehe jetzt erstmal ratsen und nebenbei heimlich etwas trinken blalalalalalala blalalalala ich fühl mich ein bisschen wie ein Sänger gerade mit dem Mikrobifon hier vor mir Hatten wir das nicht wieder behoben? Ah ne, das war jetzt gerade voll doof, that was silly, so, dann wollte ich hier nicht gerade durch, ne, so, dann sammle ich hier oben auch wieder ein bisschen Erde, äh, Ei, took the dirt from the underground, let's talk English, so, einfach mal hier so eine Treppe hochbauen, was wir sowieso gleich wieder zubauen werden, Aua, 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 nicht hier weiter runter, so, pam, 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 und dann erst einmal den Dirt, oh, und da wurde ich gerade bei Facebook angeschrieben, ich weiß nicht, ob man das hier hört, hab ich etwa vergessen, mich auszuloggen, ich denke mal, so, hier können wir dann noch ein schönes Blumenbeet oder so reinsetzen, so, und dann bis hierhin, doch, das wird sich eigentlich super anbieten, hier, Hallo, nicht doppelklicken, finde ich nicht in Ordnung, so, da haben wir hier so einen kleinen Kreislauf und da können wir dann schön ein Blumenbeet machen, hoch, Okay, nicht den ganzen Kreislauf, aber so fast, obwohl, da haben wir einen kleinen Kreis, hier nicht, ah, ich glaube, mein Kies wird aber nicht ausreichen, obwohl, Hier können wir so einen schönen Baum hinpflanzen, mal gucken, lässt sich bestimmt noch irgendwas regeln, so, und hier weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, was ich machen werde, auf jeden Fall werde ich hier das Gravel entfernen, äh, Quatsch, die Erde entfernen und das schon mal mit Kies ersetzen, das wird eine kiesige Aufnahme, So, ähm, boy, grönt mich nicht voll hier, bleib mal bloß ruhig da, ich weiß nicht, könnt ihr hier so, ähm, 1, 2, 3, 4, und dann mach ich mal, ähm, ein paar Falltüren, Würden sich bestimmt gut machen, da, Kies kann rein, Pflasterstein auch, Dirt behalte ich mal lieber noch, Ja, behalte ich, ja, nimm mir nochmal, ne, die Tropenholzen, obwohl, doch, komm, obwohl, ja, doch, ach, guck mal, zwei Falltüren, Jetzt muss ich mal kurz ausrechnen, eins, brauchen wir noch sechs, sechs Falltüren, das heißt, sechs mal sechs sind 36, so, perfekt, reicht dann auch, So, äh, 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 so, ach ja, äh, ach egal, haben wir eben zwölf, auch nicht schlimm, besser zu viel als zu wenig, au, knallt er mir die Tür von der Nase zu, so, 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 sieht doch, sieht doch aus, super aus, ich weiß noch nicht, soll ich das jetzt grün lassen, oder, Ach, ich lasse es erstmal grün werden. Macht sich bestimmt gut. Und unser Hühnchen könnte eigentlich mal ein paar Eier legen, ne? Hm, ach ja, Eimer brauchten wir, ne? Kurz, dann machen wir das mal schnell. So. Und das Ding ist schon wieder fast reif. Also wir haben echt reichlich gebaut schon hier, ne? So, einmal da wegnehmen und hier hinzufügen. Und ich weiß nicht, sollen wir das jetzt noch einen in die Länge ziehen hier alles? Doch eigentlich können wir das ja machen, ne? Da haben wir hier hinten nicht das Risiko, dass hier gespawnt wird. So. Brauche ich halt hier nur einmal das Dirt neu verlegen. Äh, Quatsch, dass das Wasser eben mal auffüllen. So, äh, ach komm. So, pam. Und pam. Und pam. Und pam. Und pam. Und pam. So, und dann hauen wir hier einmal alles weg, das Gemüse. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal kurz in den Dschungel. Um uns dieses elende, äh, Wasser hier abzudecken. Wir hätten auch, oh, Untergrund, äh, Befüllung machen können. Komm, jetzt haben wir nur 40 Stück gekriegt. Wir haben auf jeden Fall mehr gekriegt. So, einmal mal hier durchs Wasser latschen. Den hier pflanzen. Hier ein bisschen mehr pflanzen. Da haben wir auch nur einen verloren. Hier haben wir auch einen verloren. Und sogar zwei. Hier haben wir nichts verloren. Und das ist doch da was. Da ist noch einer. Und ich weiß nicht, wo ich ehrlich gesagt eine Erntemaschine hier hinbauen will. Aber so eine kleine möchte ich schon gerne machen. Obwohl, mal gucken, was wir hier noch an Mechanismen bauen. Ja, jetzt ist auch alles grün geworden hier. So. Ach, halt den Eimer. Können wir da mit hinstellen. Die Falltür können wir auch hier rein. Äh, ja, das reicht dann erstmal. Da wollte ich jetzt Blumen rauf. Und wir wollten den Sumpf, richtig. Und in der nächsten Aufnahme werde ich dort hinten, äh, ein wenig, äh, die Türe, äh, also den Eingangsbereich da bauen. Und zwar auch nicht einfach so. Mh, was wollte ich jetzt eigentlich? In den Sumpf? Und was wollte ich noch? In irgendwas bin ich hier reingelaufen. Redstone haben wir auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen für die nächste Aufnahme. Äh, Steinziegelstufe. Ach ja, hier, guck mal. Pop. Da haben wir das doch auch behoben. Ähm. Ach ja, Blumen. Genau, das war das. Rosen. Reichen Rosen. Ich hätte gerne noch gelbe. Ach cool, genau zwei. Passt ja. Und ich glaube, mir ist in der letzten Aufnahme, wo ich die Folgen benannt habe, äh, aufgefallen, dass, ähm, Ja, okay, sieht so gut aus. Dass die Felder wahrscheinlich ein zu kurz geraten sind hier, dass sie vielleicht doch noch ein in die Länge gezogen werden müssen. Mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ne, ist richtig gut. Habe ich mich doch nicht vertan. Ich dachte, ich wäre ein zu kurz gelaufen. Hier hinten haben wir auch noch so reichlich viel Platz. Mal gucken, was wir hier so hinstellen werden. Auf jeden Fall werde ich jetzt in Richtung Dschungel gehen. Und auch langsam die Aufnahme, glaube ich mal, zum Ende führen. Ja, meine Freunde. Es ist wieder soweit. Die Aufnahme neigt sich zum Ende. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Diese Aufnahme wird nicht die letzte sein. Auf keinen Fall. Es werden noch einige Aufnahmen auf uns zukommen. Und ich werde versuchen, in Zukunft vielleicht eine etwas längere Aufnahme zu machen. Ja, wir werden es schaffen. Wir werden es gemeinsam. gemeinsam werden wir es erreichen. Wir werden zusammen diese Welt einen Namen machen. Ob groß, ob klein, ob farbig, ob weiß, ob dölk oder dünn, ob männlich oder weiblich, vollkommen egal. Wir alle gemeinsam werden diese Welt zu etwas ganz Neuem machen. Minecraft wird einen neuen Namen, unsere Minecraft-Welt wird einen neuen Namen kriegen. Es ist dunkel geworden. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, jetzt hier rumzulaufen. Egal, wir sind todesmutig. Oh ja, das sind wir. Wo ist der Sumpf? Da. Gemeinsam werden wir jetzt auch diese Nacht hier überstehen. Wir werden gemeinsam den strömenden Regen nachts, nachts, ja, sogar nachts, unsere Seerosenblätter finden. Gott, ist das laut. Grausam. Regen, verschwinde. Ich weiß gar nicht, wie viele brauche ich denn? 50? Boah, das sind aber echt viele. Kann man die nicht irgendwie züchten? Wie wär's mal mit... Boah, wisst ihr was? Solange ich hier bin, ne? Mach ich mal den Regen aus. Huch. Ah. Auftauchen. Aus. Genau. Die Nacht mach ich jetzt nicht aus. Aber wir sind jetzt gerade hier mitten auf dem Wasser, wo uns sowieso nichts passiert. Beziehungsweise Monstermäßiges. Ah. Tauchen. Tauchen.